Das Thema dieses Films ist das Trägheitsprinzip. Die Trägheit ist eine Eigenschaft, die jeder kennt. Tatsächlich ist die Trägheit eine physikalische Eigenschaft von Körpern. Alle Körper verhalten sich träge. Sie verharren in ihrem Bewegungszustand, wenn es sich um einen Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung handelt. Erst durch eine äußere Einwirkung ändert sich dieser Zustand. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Aus der Äußeren Untertitelung des ZDF, 2020